Hallo liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich grüße euch. Wir haben ein herrliches Wetter draußen und es ist also auch Zeit für einen herrlichen Orange Monster. Ihr hört gleich den Marsch des Soldaten Robert Bruce, gespielt von der MPLE. Der Musikprinzipal der Legion étrangère, das ist das Musikorchester der Fremdenlegion. Einfach die Augen zumachen, zuhören und genießen. Viel Spaß dabei. Musik 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 Musik